also leute möchte noch jemanden das sketch kaufen sonst würde ich jetzt glaube ich auch erst mal aufhören zu stream dankeschön bautzi für deine weitere donation vielen vielen dank joker ok gut ja vielen vielen dank auch die joker für deine drei euro nutzen ok dankeschön nochmal warum donatest du so viel willst du jetzt noch eine zeichnung oder war das wieder nur so so viel später dass es dem alten erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste joker wauzi dominik ne wauzi dominik ne joker wauzi joker dominik mein gott alter ich gebe es einfach auf mit euch ich habe keinen bock mehr ich bin gleich im stream alter ich hasse dich luke geh weg luke einfach weg da die colts anfang des producens ok leute ich schwöre euch bei gott ich bin euch ich bin euch wirklich dankbar wirklich für die ganzen donations wirklich aber ihr müsst es nicht machen und es reicht auch so langsam das meine ich ernst